Lass uns ein bisschen über das aktuelle Meta reden, denn ich habe ein bisschen was zu sagen. Ich habe wieder eine T-List gebaut und da sprechen wir mal ganz drüber, was für Decks wir nach Fenton Nightmare so alles in Meta sehen werden und was für Decks zu bieten sind und welche Decks ihr vielleicht lieber nicht spielen solltet. Let's go! Fangen wir einmal an mit einem der neuen Decks aus dem nächsten Hauptset und das ist einmal Goblin Biker. So heißt es ja jetzt. Goblin Biker geht ganz klassisch leider an den Küchentisch. Ich persönlich finde das Deck mega cool. Ich glaube aber, dass wir im aktuellen Format dafür einfach nichts haben, was das tun kann. Denn wir können Exe-Materialien von Monstern abhängen. Wir haben aktuell keinen wirklichen Exe-Monster im Format, außer die Karten, die wir selber damit spielen können. Ich persönlich würde mir das Deck besorgen, denn es ist ein sehr, sehr cooles Deck. Ich spiele mit ein bisschen rum. Ich werde euch zeigen, wenn ich irgendwas Cooles gemacht habe, aber aktuell sehe ich es noch nicht im Format. Das nächste Deck ist einmal ein T1 Deck und das ist einmal Labyrinth mit Transaction-Rollback, mit dem neuen Monster, was sie bekommen haben, mit den ganzen Fallenkanten, die die spielen können. Das ist ein guter Contender für das nächste Format, wirklich eins der besten Decks zu sein. Nicht das beste Deck, da sprechen wir gleich drüber, aber ich glaube schon, dass wir das sehr, sehr viel sehen werden und es auch sehr viel toppen wird. Das nächste Deck ist einmal Firekings. Jetzt haben wir Firekings in Full Power. Wir haben jetzt das neue Populus-Ding, wie auch immer das jetzt heißt und wir haben Bonfire, wir haben alle möglichen Sachen, die das Deck so gut machen, wie es halt sein kann. Das heißt, das ist das Deck to Beat, denn wir haben das Jahr des Feuers und das startet jetzt mit diesem Release von Phantom Nightmare. Ich bin gespannt, was passieren wird. Da haben wir Voiceless Voice. Ich packe es mal in Potential rein. Einfach aus dem Grund daraus, ich habe viel gesehen zu dem Deck, viel, was auch gar nicht so schlecht aussieht, aber ich kann nicht genau einschätzen, ob das wirklich ein Top-Contender werden wird oder halt nicht. Es könnte halt in beide Richtungen ausschlagen, also extrem krass sein oder nicht so krass. Ich gehe eher so Richtung Tier 1, aber wir werden es sehen, wenn das so weit ist. Dann haben wir einmal Manadium, ein Kombo-Deck, was extrem gut ist. Tier 1 auf jeden Fall. Es ist ein gutes Deck, wenn ihr First geht, da kann Feuer nicht durchspielen. Wenn ihr Second geht, hat das ein paar Möglichkeiten, noch ein bisschen was zu spielen. Es ist wirklich ein gutes Deck. Ob es jetzt das Deck ist, was ich picken würde? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Deck, was man gut spielen kann. Dann haben wir einmal D-Link, das ist spielbar. Ich glaube nicht, dass wir noch diesen Status haben, dass es ein Tier 2-Deck ist. Ich glaube aber schon, dass wir das halt sinnvoll spielen können und mit so einem Deck vielleicht auch toppen können. Ich glaube nur nicht, dass ich das Deck wählen würde, wenn ich die möglich hätte. Dann haben wir einmal Rescue Ace und das kommt auch zu Deck to Beat. Denn eine Sache, die ganz wichtig ist, zwischen Rescue Ace und Fire Kings liegen nicht so viele Konstellationen zwischen. Denn wir spielen mit dem einen halt die Snake Eye Karten mit ein paar Rescue Ace Karten und dann spielen wir einmal Snake Eyes mit ein bisschen Fire Kings da drin. Ja, es ist halt an sich eine sehr, sehr ähnliche Deckstrategie. Ob das jetzt wirklich das eine oder das andere halt sein wird, wir werden es sehen. Ich glaube auch schon, dass beide Decks da oben wirklich halt einen Platz finden werden. Genauso wie das Deck, was gleich noch dazu kommt. Aber dazu kommen wir gleich noch. Dann haben wir einmal Tier Ischizo. Das packe ich auch mal zu Potenzial. Den Ischizo-Part können wir natürlich theoretisch weglassen, sondern nur Tier Elements. Denn dadurch, dass Feuer an sich nicht so viele krassene Gates rausbaut, während die ihren Zug spielen, haben wir die Möglichkeit mit mehreren unserer Tier Elements Karten doch so ein bisschen Schaden anzurichten. Und ich glaube schon, dass dadurch das Deck deutlich weiter oben antreffen wird. Denn eine Karte wie Droll tut dem Deck jetzt nicht so viel. Und Droll werden wir im nächsten Format sehr, sehr viel sehen wahrscheinlich. Dann haben wir Despia. Despia kommt zu Tier 2. Und zu Despia packe ich auch einmal ganz kurz, wo ist es? Camara dazu. Der kann die Decks ja auch kombinieren. Macht man wahrscheinlich eher nicht so. Aber das sind auf jeden Fall Decks, die man zusammenspielen kann oder alleine. Die sind wirklich gute Picks, um halt auch ein Event toppen zu können, weil das an sich sehr gute Decks sind. Die nicht nur noch an dieser einen Fusion-Karte drumherum gebaut sind, sondern die können auch ein bisschen mehr machen, als nur die einen Fusion zu machen. Mittlerweile kann Despia ein paar Synchro-Plays machen. In der gegnerischen Runde ist also auf jeden Fall ein bisschen flexibler, als es noch vor 2-3 Monaten war. Dann kommen wir einmal zu Sprites. Das packe ich auch in Spielbar rein. Ich glaube, dass Sprite immer noch ein Deck ist, was man gut spielen kann. Natürlich hilft, dass wir mit Gigantic den Gegner aus Monstern rauswirken können, die nicht Level 2 Rang 2 Link 2 Monster sind. Ich weiß nicht, ob das reicht. Werden wir einfach sehen, wenn das soweit ist. Dann haben wir einmal Snake Eyes und das kommt in Deck to Beat. Die drei Decks sind für mich alle auf einem ähnlichen Level. Die machen zwar alle so ein bisschen verschiedene Dinge. Das pure Snake Eyes Deck ist wahrscheinlich das schlechtere von denen, aber wir werden uns trotzdem auf all diese drei Decks vorbereiten. Und das sind die Decks, die wir halt schlagen möchten. Und die anderen in T1 werden so ein bisschen darum kämpfen, da oben mitzuspielen. Da haben wir hier das Plan-Deck. Das packe ich mal an den Küchentisch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es ist nach der letzten Bandlist, aber ich glaube schon, dass das jetzt vielleicht nicht das Deck ist, was ich jetzt für ein Turnier mitnehmen würde. Okay, Horus packe ich mal zu Spielbar. Ist ein Deck, was man spielen kann. Mehr gibt es, was wir sagen. Die Horus-Engine selber ist halt wirklich gut. Ich glaube, aber es gibt immer noch bessere Decks, die man mit Horus spielen kann. Meinetwegen Tier-Elements kann man ja auch mit Horus spielen und das ist wahrscheinlich ein besseres Zuhause für die Horus kann. Exorcist, da packe ich mal in T2. Einfach, weil es Shifter spielen kann. Genauso wie die Birds. Packe ich einfach mal mit dazu. Ich glaube schon, dass Shifter und Droll Karten sein werden, die wir im nächsten Mal sehr, sehr viel sehen werden. Ich sehe jetzt gerade hier, ich habe in der Liste Kashtierer nicht drin. Kashtierer würde ich wahrscheinlich auch zu Spielbar reinpacken. Vielleicht sogar ein bisschen weiter oben. Könnt ihr meine Kommentare anschreiben, was ihr davon haltet. Wahrscheinlich eher so Tier 2, weil das schon mit Shifter viel Zeugs machen kann, was wirklich extrem gut ist. Zamanguette packe ich mal an den Küchentisch. Ist zwar ein Feuer-Deck, aber es provisiert nicht so krass von den neuen Support-Karten. Klar, es ist trotzdem mal ein Deck, was man gut spielen kann. Ich glaube aber nicht, dass ich auf ein Turnier mitnehmen würde. Dann Centurion. Kriegt ja auch ein bisschen Support. Und da kann man natürlich auch da ein bisschen mehr Zeug machen. Calamity ist immer noch ein bisschen blöd. Ich glaube aber nicht, dass es über dieses Season-Tier-2-Status hinauskommt. Deswegen lasse ich es mal da drin. Runic Bistil packe ich mal zu Spielbar. Aber das Problem, was bei Runic Bistil halt da handen ist, ist das alles Feuer-Decks. Das heißt, die ganzen Bistil-Karten sind halt Engine-Pieces, aber keine Sachen, die wir gegen Interrupten können. Das ist halt ein bisschen schlecht. Deswegen wird das Deck halt in sich geschlossen immer noch gut funktionieren. Aber gegen die anderen Decks halt nicht mehr so viel tun können. Dann packe ich einmal Unchained zu Potenzial. Weil es halt sein kann, dass dieses Deck sich so ein bisschen weiter nach oben orientieren könnte. Wir werden es aber sehen. Denn ich glaube, dass das Power-Sealing von den anderen Decks so viel höher ist und vielleicht so Unchained, dass es trotzdem mitspielen kann. Aber ich glaube nicht, dass es immer noch so gut spielbar ist wie jetzt die anderen Decks. Dann kommen wir einmal zu PURLY. Das packe ich einmal in Tier 2. Ist auf jeden Fall ein solides Deck. Kann richtig viele coole Sachen machen. Das war es aber auch schon. Dann haben wir einmal Wankish Zoll. Das packe ich vielleicht auch mal in Potenzial rein. Denn die neue PURLY-Karte ist echt ganz gut, die die bekommen haben. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir jetzt mit dem besten mehr Feuerkarten auch natürlich die Feuerkarten suchen können. Und wir können, witzigerweise habe ich gesehen, auch ein paar Engines in den Deck spielen, die gar nicht so schlecht sind. Und dass die jetzt nicht gegen Impul und sowas verlieren und gegen Droll von ihr hat extrem krass. Da müssen Sie ein bisschen auffassen. Aber ich glaube schon, dass das Deck sich ein bisschen weiter oben ansortieren kann. Wie wir jetzt gerade sehen und natürlich jetzt hier baue, dass es noch nicht ganz so eindeutig ist, wie das Format sich so ein bisschen schäpen findet. Wir werden wissen, also wir wissen, dass die Feuerdecks wirklich gut sein werden, dass wirklich viele sich hier vorbereiten. Und dann der Rest ist so ein bisschen, mal gucken, was so passiert. Weil es haben sich viele mit den Feuerdecks halt beschäftigt, aber nicht mit den anderen Lecks. Deswegen werden wir das noch ein bisschen genauer betrachten, wenn das halt zu weit kommt. Dann haben wir noch Mikanko und Infernoble. Die packe ich beide mal zum Küchentisch. Denn aktuell würde ich die auf dem Turnier nicht mitnehmen. Wenn Ihnen so ein Affenkonzept gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich öfter so eine Ziele zu euch bringen kann. Ich mache die, wie gesagt, einmal im Monat. Das hier ist die Übersicht für den Monat Februar 2024. Wenn ihr noch Decks habt, wo ihr meine Meinung wissen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich werde euch mal darauf antworten, was ich von der Kalte. Dann, wenn ihr ein anderes Video von mir sehen wollt, guckt da mal rein. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.